Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silber und in diesem Film möchte ich euch unglaublich gerne mal vorschwärmen von einem Vortrag auf TED Talk von einer Forscherin, deren Ergebnis letztendlich um unsere Verletzbarkeit geht. Der Vortrag ist unglaublich humorig gemacht. Ich packe ihn wieder unten in die Infoliste. Und sie startet, indem sie in ihrem sozialen Umfeld, in dem sie arbeitet, feststellt, dass der Mensch Verbindung braucht. Und Connection, wie es so schön heißt. Dass man da, wo man ist, angenommen sein möchte, dass man dazugehören will und so etwas. Und dass das schon mal, wenn man abgelehnt wird, uns verletzt. Dann fächert sie auf, wo wir überall verletzbar sind und dass wir eigentlich in einer verletzbaren Welt leben. Ob wir den Job verloren haben und krank sind und Hilfe brauchen oder wenn der eine Ehepartner um Sex bittet und abgelehnt wird. Also es ist die ganze Bandbreite unseres Lebens da, wo wir verletzbar sind und wo wir traurig sind. Die bringt dann klar zum Ausdruck, was dann alles in uns passiert, dass wir uns schämen, dass wir uns oftmals ja gar nicht sagen mögen, dass wir Angst davor haben, Angst verletzt zu werden, dass wir Wut haben und Trauer und so etwas. Also eine ganze Bandbreite von Gefühlen, die wir so gerne als Negativgefühle da erleben. Dann, also schmerzhaft ist das erstmal für alle. Dann stellt sie aber fest, dass es zwei Gruppen gibt. Die einen sagen, ja, ich bin es auch gar nicht wert und ich bin zu dick und ich bin nicht reich genug und ich bin sowieso zu dusselig für den Job und sowas alles, die sich selbst die Schuld geben. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin es wert, einen Job zu haben. Die das ganz anders sehen. Für die ist es genauso schmerzhaft. Das hebt sie ganz klar hervor. Und sie geht dann in ihrer Forschung, die übrigens dann über sechs Jahre geht, sie hat erst nur ein Jahr angesetzt, also unglaublich breit angelegt, geht sie dieser zweiten Gruppe nach, die sagen, ich bin es wert. Das geschieht mir Unrecht. Und dann stellt sie fest, dass die sehr mutig sind, dass die tapfer sind, dass die die sind, die als erste sagen können, ich liebe dich, auch wenn es keine Garantie auf der anderen Seite gibt. Das sind die, die bereit sind, in Beziehungen zu investieren, ohne Garantie scheinen, ohne abzuwarten. Mal gucken, was da kommt oder so. Nein, die gehen als erste den Weg. Und sie fächert das auch noch deutlich breiter auf und stellt fest, dass diese Menschen, dass denen sehr bewusst ist, dass ihre Verletzbarkeit eine Kostbarkeit ist. Dass das etwas ist, was sie schön macht, nennt sie das sogar. Und kommt dann zu einem Schluss, der sie so aushebelt, weil es nicht in ihre mathematische Forschungsstruktur passt, in die sie sowieso ihr ganzes Leben gepackt hat. Dass sie also, sie nennt das erst einen Breakdown, also so einen Zusammenbruch hat und nachher nennt sie es also eine Erweckung ins Leben oder so, wo sie sich dann tatsächlich Hilfe holen musste. Und sie erkennt, oder diese Forschungsergebnisse beweisen, dass unsere Verletzbarkeit auf der einen Seite die Wiege ist für diese ganzen Negativgefühle, für Scham und Wut und Trauer und ja, all das, was dazu gehört. Und sie ist gleichzeitig die Wiege für gelingendes Leben, für lieben können, für Kreativität, für glücklich sein. All dieses ist die gleiche Wiege unserer Verletzlichkeit. Das konnte sie also gar nicht aushalten. Und stellt dann in weiterer Forschung fest, dass es unmöglich ist, nur einen Teil dieser Verletzbarkeit betäuben zu wollen, weil man es nicht aushält, weil man diese Schmerzen nicht haben will. Da greifen wir zu Alkohol, zu Tabletten, zu Schokolade oder wie sie sagt, zu Banaten, Muffins oder so, um uns zu trösten, um uns abzulenken oder so etwas. Aber wir decken damit die Wiege der Verletzbarkeit zu und decken somit auch die ganzen anderen schönen Gefühle zu. Dieses gelingende Leben, diese Freude, diese Motivation, diese Kraft, die da drin ist. Und das Ergebnis dieser Betäubung ist, man fühlt sich elend, man hat dieses Schöne nicht, man hat Sehnsucht danach und greift zum nächsten Bier, wie sie sagt. Also man ist dann in einem Teufelskreis. Sie selber fächert den Film noch deutlich weiter auf, auch in die Politik hinein und in Firmenverantwortung, wo es nur noch um Schuldzuweisungen geht und nicht mehr um ein authentisches, es tut mir leid, ich bringe das wieder in Ordnung. Aber ich möchte gerne hier aufhören und der Titel ist zwar in englischer Sprache, aber mit deutschen Untertiteln und er lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe ihn mir mehrfach natürlich angehört, um da so das für mich Wichtige rauszubekommen. Aber zu wissen, unsere Verletzbarkeit, die manchmal so weh tut, ist die Wiege für gelingendes Leben und für Schönes. Ich denke, das macht uns stark, uns noch wieder neu hineinzuwerfen und ins Leben und uns verletzbar zu machen, aufzuwachen. Unser Visier, unsere Schutzmauer und so denn da, ja, wie nennt sie das? Ich glaube, gestatten uns, uns den anderen zu gestatten, in uns hineinzuschauen, die ganze Fülle wahrzunehmen, was da alles Schönes in uns ist. Das führt zu gelingendem Leben und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und drück dir die Daumen, dass es gelingt, immer weiter aufzumachen. Ja, wir sagen ja zu unserer Verletzbarkeit. Tschüss!